Wir benötigen Steine. Eure Beliebtheit sinkt. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr. Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Unsere Schatzkammer leert sich. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Holz. Eure Befehle? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir werden überfallen. Bin zur Stelle. Ja. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Mein Bogen ist euer. Unser Schatzkammer leert sich. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Gebäude. Ich bin zur Stelle. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. Euer Gnaden? Balliste, bereit, my Lord! Ihr habt nicht genügend Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Diese Steuern sind ungerecht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Wir benötigen Holz. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereit, eure Lordschaft! Rücke aus! Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Balliste, bereit, my Lord! Balliste, bereit, my Lord! Wir benötigen Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr habt nicht genügend Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk liebt euch, my Lord. Euer Gnaden? Wir benötigen Gold. Das ist wahre Macht. Das ist wahre Macht. Ich weiß, was ihr seid? Das ist wahre Macht. Und das ist wahre Macht. Ich weiß, was ihr seid. Wir benötigen Töne. Bis zum nächsten Mal. Wir Euer Gnaden? Was soll konstruiert werden? Wir benötigen Gold! Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte! Eine Nachricht der Ratte! Habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püls, das euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot! Eine Nachricht der Ratte! Unverschenkt verpflegen! Ich werde euren treibenden Vergnügen sein Ende bereiten! Eine Nachricht der Ratte! Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen! Eine Nachricht der Ratte! Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! RIVOC bereit, Sire! Flugbahn ist berechnet! Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire! Achtung! Rücke aus! Wir benötigen Holz! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Ihr habt nicht genügend Güter! Ihr habt nicht genügend Güter! Ihr habt nicht genügend Güter! Euer Gnaden, das ist wahre Macht. 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 Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Gebt uns eine Aufgabe. Wir benötigen Gold. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ihr habt nicht genügend Gold. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir benötigen Gold. Wir benötigen Gold. Gold fließt in die Schatzkammer. Wir benötigen Steine. Wir benötigen Steine. Flugbahn ist berechnet. Eine Nachricht für Rattel. Hat ihr Angst? Die Streifer von den Bösen durch die Netze, wie eine Fliege verbrochen? Steine. Sie haben fertig geht. Sie haben die Chance figured. Geht ihr an! Sie bauen die Schatzkammer. Sie nehmen die Schatzkammer. Sie kommen in die Schatzkammer. Eine Alternative Schatzkammer. Wir haben dascardsgemacht. Sie werden die Schatzkammer dort machen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk liebt euch, mein Lord. Eure Beliebtheit steigt. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Diese Steuern sind ungerecht. Wir benötigen Holz. Und los! Das ist warm. Trivok bereit, Sire. Nennt euren Wunsch. Das Volk huldigt euch, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr habt nicht genügend Gold. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Doppelte Rationen. Großartig. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk huldigt euch, Sire. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Eine Nachrichtsgarate. Hast ihr Kruz? Die Streifmacht von den Füßen wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Kau. 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 Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Ihr habt nicht genügend Güter. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Eine Nachricht der Ratte. Unverschämter Pflege. Ich werde eurem Treiben mit Vergnügen ein Ende bereiten. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Holzvorräte sind zu... Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Das ist wahre Macht. Sire! Sire! Rücke aus! Wir benötigen Steine Wir geben unser Bestes Balliste! Bereit, my Lord! Eure Beliebtheit steigt Achtung! Was werden Rekruten benötigt, sage Waffen geschultert! Rücke aus! Eure Befehle? Unerreichbar! Bin zur Stelle! In Bewegung! Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Im Laufschritt! Trivok bereit, Sire! Flugbahn ist berechnet! Es werden Waffen benötigt, Sire! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire! Das Volk huldigt euch, Sire! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire! Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire! Das Volk huldigt euch, Sire! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Das Volk huldigt euch, Sire! Eine Nachricht der Ratte! Unverschämter Pflegel! Ich werde eurem Treiben mit Vermögen ein Ende bereiten! Ihr habt nicht genügend Güter! Ein erträglicher Auferlust! Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire! Das Volk huldigt euch, Sire! Achtung! Rücke aus! Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verweilen, my Lord! Wir benötigen Steine! Flugbahn ist berechnet! Das ist wahre Mann! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten! Wir benötigen Holz! Ihr habt nicht genügend Güter! Ihr habt nicht genügend Güter! Ihr habt nicht genügend Güter! Das Volk huldigt euch, Sire! Achtung! Gold fließt in die Schatzkammer, Sire! Ich kann das nicht bezahlen! Das Volk liebt euch, my Lord! Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten! Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Und los! Rücke aus! Rücke aus! Eine Nachricht der Ratte! Nur seid ihr besorgt, Mars? Meine Truppen werden euch bald überwältigen! Echt! Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Ihr habt nicht genügend Güter. Das Volk huldigt euch, Sire. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ihr müsst Scherze machen. Das ist Warmacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Ihr habt nicht genügend Güter. Das Volk huldigt euch, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Holz. Rekruten Untertitelung. BR 2018 Eine Nachricht der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Sire! Rücke aus! Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen! Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Achtung! Waffen geschultert! Rücke aus! Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja! Es werden Waffen benötigt, Sire. Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das ist warm! Das ist warm! Das ist ein Platz in der Waffenkammer. Das ist ein Platz in der Waffenkammer. Es werden Rekruten benötigt, Seier. 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 Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk liebt euch, mein Lord. Gold fließt in die Schatzkammer, Seier. Ich kann das nicht bezahlen. Ja, Herr? Es werden Waffen benötigt, Seier. Was wünscht ihr? Den ganzen Weg? Ein erträglicher Auferlust. Zeigen wir es Ihnen! Bereits, eure Lordschaft! Und Marsch! Ja! Rück'n aus! Ja, herr! Ihr habt nicht genügend Gold! Ja, Herr? Wir benötigen mehr Gold! Ihr habt nicht genügend Güter! Ihr habt nicht genügend Gold! Eine Nachricht der Ratte! Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das, äh, das kann sich ja auch noch ändern. Eine Nachricht der Ratte! Kein Grund zur Panik, Ratte! Kein Grund zur Panik! Alles wird gut! Jawohl! Eine Nachricht der Ratte! Bitte! Nein, bitte! Tut mir nicht weh! Bitte nicht! Wir benötigen Gold! Eine Nachricht der Ratte! Kein Grund zur Panik, Ratte! Kein Grund zur Panik! Alles wird gut! Jawohl! Eine Nachricht der Ratte! Ich hatte mein Vorgehen gut geplant! Ihr könnt euch nicht mit mir messen! Bewegt euch! Eine Nachricht der Ratte! Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das, äh, das kann sich ja auch noch ändern! Bogenschützen bereit! Sind auf dem Weg! Sind auf dem Weg! Eine Nachricht der Ratte! Kein Grund zur Panik, Ratte! Kein Grund zur Panik! Alles wird gut! Jawohl! Das ist wahre Macht! Mein Bogen ist eure Hand! Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Ein Bogen ist ein Bogen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir benötigen mehr Gold. Die Goldvorräte sind zu knapp. Der Zielspeicher ist voll, mein Lord. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, Herr? Eure Beliebtheit sinkt. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Ich kann das nicht bezahlen. Das ist wahre Macht. Eure Beliebtheit steigt. Gold fließt in die Schatzkammer. Gold fließt, Sire. Gold fließt in die Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich habe die einen einen en 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 Ja? Den ganzen Weg? Manchmal hilft nur Muskelkraft. Vorwärts! Mein Herr? In Bewegung! Was mit dir? Eure Befehle? Rücken aus! Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! Ja, endlich! Eine Nachricht! Kein Grund zur Panik! Kein Grund zur Panik! Alles so gut! Jawohl! Den ganzen Weg? Das ist wahr! Eine Nachricht der Ratte! Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern! Eine Nachricht der Ratte! Kein Grund zur Panik, Ratte! Kein Grund zur Panik! Alles wird gut! Jawohl! Was gibt's? Bewegung! Na los! Was gibt's? Eine Nachricht der Ratte! Bitte! Nein, bitte! Wenn ich weh! Bitte nicht! Ja, Herr? Auf ins Getümmel! Ja! 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 Zur Stelle. Im Laufschritt. Eine Nachricht der Ratte. Ah, meine Stuppe haben einfach meinen gar nicht verstanden. Bewegt euch, Hunde! Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh! Bitte nicht! Was wünscht ihr? Wir haben keine Chance! Ja! Achtung! Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das, äh, das kann sich ja auch noch ändern. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panikratte, kein Grund zur Panikratte, kein Grund zur Panikratte, alles wird gut, jawoll! Ja, ja, Bewegung, na los! Eine Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, tut mir nicht weh! Bitte nicht! Sieg! Ich Untertitelung des ZDF, 2020